Kaffee Soll ich das? Wie ist das? Das ist ein Kuss. Ich bin ein Kuss. Das ist ein Kuss. Ich bin ein Kuss. Ich bin ein Kuss. Jungen sind nicht gleich aufgewertig. Ich bin ein Kuss. Ich bin ein Kuss. Hey! going oh von drei go ja 머� hop aga Der ist hier ein Kopp, eh? Jetzt, er hat er noch einen Kopp. Halt! Halt! Kiegi! Halt! 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 Kloß! Nice! Halt! 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 빨리 fl Hopp, hopp, hopp. Hopp. Adda! Hey! Adda! Hi! Henry! Rotan! Jawoll! Kiki! Adda! Kiki! 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 Ismay! Ohli! Maunot! Kiki! свет! Kiki! Escheap! Kiki! Kanada! Sekniej! chemточ! Ja. 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 Ja, sehr schön. Können wir uns gerne nicht vorgemacht? Nein! Ich schaue das nicht. 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 Für wie? Kann nicht! Kü-Kü! Ich schaue das nicht. Ich traue das nicht. Ich schaue das nicht. Ich schaue das nicht. Dankeschön. Komm. Dankeschön. Na! Schlaufer! Dankeschön! Schnitte dünn! Komm! Prima! Ruhmein! Jawa! Bump! Cool, oder? Das ist Klasse! Ruhmein! 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 Die Gebrauchshund Klasse Hündin Stockhaar Die Kattenburg Nummer 17 ist die klare Gewinnerin hier in dieser Klasse Sie ist eine bekannte Hündin der vergangenen Bundessieger Zuchtschau Sie wurde dort bereits mit vorzüglich Auslese bewertet Heute hier erhält sie vorzüglich Auslese 1 und den Titel Holland Siegerin 23 Gruppe Sollte eine Nuance weniger abfallend sein Sie hat sehr gute Länge dunkle Augen und korrekte Ohren Der Widerriss ist hoch und lang Der Rücken gerade und fest Die Gruppe hat sehr gute Lage Könnte eine Nuance länger sein Die Vorhand ist gut Die Hinterhand ist sehr gut gewinkelt Die Brustverhältnisse sind ausreichend und etwas länger Die Vorhand ist gut Die Hinterhand ist sehr gut gewinkelt Die Front ist gerade Die Schrittfolge von vorne ist auch Augen korrekt Die Ohren Der Widerriss ist hoch und lang Der Rücken gerade und fest Die Gruppe ist etwas geneigt und hat gute Länge Die Vorhand ist korrekt Der Widerriss ist hoch Der Rücken ist gerade und fest Die Gruppe sollte etwas länger sein und etwas weniger geneigt Die Vorhand ist noch gut gewinkelt Länger sein und etwas weniger geneigt Die Vorhand ist gut gewinkelt Die Hinterhand ist schon an der Grenze der Tiefe Und die zweite und dritte natürlich mit hinterher Ja, Applaus, Applaus Applaus Sehr schön, vielen Dank Das hat Spaß gemacht Dann kommt alle gut nach Hause nach der Gebrauchs- und Klassezeit